Jetzt gleich wissen wir, ob Benjamin die Torwand treffen kann oder nicht. Aber erstmal wollen wir gucken, wie der Herausforderer es zu uns in die Sendung geschafft hat. So, und hier sehen wir, wie Philipp Jauze aus Senftenberg. Zack, das Ding versenkt. Platte rein, dreimal unten, auf geht's. Alter Schwede, der ist schon mal drin. 1-0. Das ist das Bewerbungsvideo für? Okay, wie ist das mit dem Konfetti heute, wenn das so weitergeht? Hallo? Ey! Dreimal! Weiter geht's, jetzt aber. Rein das Ding, dreimal. Äh. Ein bisschen glücklich. Ein bisschen, ja klar. Und los geht's. Jetzt aber. Der Zweite sitzt. Ähnlich wie der Erste, etwas zu tief, etwas zu weit rechts. Philipp, na komm. Nein, ein bisschen höher. Okay, macht nichts. Drei oben haben sie gleich noch. Benjamin legt vor. Starker Profi. Ich glaube, das ist das Bewerbungsvideo entweder für Leipzig, Bayern oder Dortmund. Wer weiß. Woah! Okay, 3-0. Sie haben noch eine Chance. Auf geht's. Ja, aber unentschieden wäre ja auch schon mal was. Dreimal oben haben wir selten. Okay, jetzt aber für die Ehre. Okay, aller guten Dinge sind drei. Das gilt für Benjamin, aber ein jetzt. Auf geht's. Okay, aber toll, dass Sie da waren und wir haben gesehen im Video, Sie können es auch auf jeden Fall.